Ich bin hier im Auerried, hier auf der österreichischen Seite, unterwegs. Es ist ein grosses Naturschutzgebiet und hier ist definitiv bereits der Frühling eingekehrt. Sehr viele Störche, die man hier bereits sieht. Es gibt Kibitze, also sicher 50 bis 100 Kibitze, die hier auf den Äckern sitzen und auch hier überall rumfliegen. Ich bringe euch hier ein paar Impressionen vom Frühling auf dem Auerried. Viel Spass! AT Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020